Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Bitte denkt dran, ich befinde mich heute in der Hochzeitslocation. Ich werde ja demnächst heiraten. Aus diesem Grund sind die Videos heute vorgedreht. Wundert euch also nicht, wenn das ein oder andere aktuelle Thema auf morgen warten muss. Das ist nämlich der Grund, warum heute nicht alle Videos so brandaktuell sind. Wobei wir sprechen auch über eine Schlagzeile, die ist von gestern, also vom 15. April. Und von daher passt das dann doch schon wieder recht gut in unsere Berichterstattung. Wir sprechen über, ja, heute wird es ein bisschen heißer und heiter. Wir sprechen über Mike Heiter, Gigi und ja, Mark DeRancy, da habe ich aber auch nochmal eine Meinung zu. Denn hier geht es um das ganze Thema Sixpack Boys. Und welchen großen Liebesbeweis Mike für Layla nun wohl doch getan hat. Das ist heute unser Video und ich glaube, wir alle brauchen auch bei den ganzen Schlagzeilen auch ab und zu mal ein bisschen was, was ein bisschen ruhiger ist. Wenn ihr auf eine ausgewogene Berichterstattung steht, dann wird euch herzlich eingeladen, euch unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, meine Lieben. Ansonsten empfehle ich euch das Video von heute Morgen. Dort geht es um ein neues Format, welches ich vorgestellt habe, welches denn dann am Mittwoch um 20 Uhr online geht. Ich denke, das sollte ziemlich spannend sein. Wir sprechen heute über einen RTL-Artikel. Nackte Tatsachen. Und das ist der Artikel, nicht nur Mike Heiter, auch diese Stars waren mal bei den Sixpacks. Und ihr seht es schon, Mark DeRancy, Mike Heiter und Gigi, alle sind hier. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, zu Mark DeRancy erzähle ich euch gleich noch was. Denn da habe ich nochmal eine ganz eigene Meinung. Aber ja, es geht nämlich genau um diesen Artikel. Zitat, sie alle haben mal ihren Hintern geschwungen und ihren Sixpack ausgepackt. Na, wer hätte das gedacht? Nach nur einer Show wirft Mike Heiter seine Karriere als Sixpack wieder hin. Doch der Reality-Star ist nicht der Einzige, der mal bei der nackigen Boygroup mitgemacht hat. Und hier können wir Mike Heiter sehen. Ich hatte euch vor einiger Zeit mal berichtet, dass Mike Heiter hier in diesem Programm mit dabei ist, sich auszieht, sich nackig macht. Und das war alles kurz bevor er mit Layla zusammengekommen ist. Und da haben wir damals hier schon in der Berichterstattung gesagt, na, ob das nicht vielleicht etwas sein könnte, so ein Stripper, ja, was Layla auf Dauer nicht gefallen könnte. Und es sieht so aus, dass Mike hingeworfen hat. Denn sorry, aber Mike Heiters Liebe zu Layla ist größer als die zu den Sixpack. Sich nackig und sexy in der Öffentlichkeit zu präsentieren, damit hat Mike Heiter bekanntlich kein Problem. Doch der Reality-Star hat seine Grenzen, vor allem wenn er vergeben ist. Zitat Ende. Finde ich jetzt erstmal einen schönen romantischen Ansatz, grundsätzlich zu sagen, ich stehe so einem Stripper-Format nicht zur Verfügung, wenn ich glücklich vergeben bin. Denn es kommt halt ein bisschen drauf an, ja. Es gibt solche Shows, da ist einfach nur ein bisschen erotische Tanzeinlage. Und es gibt aber auch die Shows, wo man mit dem Publikum interagiert, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, das ist dann doch etwas, was Mike nicht möchte, wenn man in einer Partnerschaft ist, was ich persönlich jetzt erstmal hier eine sehr, sehr gute Entscheidung finde. Eigentlich sollte Mike mit der Stripper-Truppe Sixpack aktuell auf Tour sein. Doch siehe da, der Ex-Dschungel-Camp-Teilnehmer lässt die Hosen an. Der Grund, als einer der Show-Höhepunkte sollte der 31-Jährige mit einer Frau aus dem Publikum, die an ein Andreas-Kreuz gefesselt ist, Entschuldigung, tänzerisch auf Tuchfühlung gehen. Doch nicht nur sie dann zum Move breiten, dem Reality-Star im Vorfeld jede Menge Bauchschmerzen. Ich hatte ganz viele deutsche Bahnwitze im Kopf, ja. Frau am Andreas-Kreuz gefesselt, um dann zu strippen. Wer möchte das denn freiwillig, also mal ganz ehrlich, wer möchte denn freiwillig an einem Andreas-Kreuz gefesselt sein und denn dann in Mikes heitere Arme rauschen, während er am Tanzen ist? Also gibt es bestimmt welche, aber das ist doch schon sehr verrückt. Naja, ich bin ja frisch vergeben, ich weiß nicht, ich fühle das gerade nicht so, erklärt er RTL kurz vor seiner Strap-Show-Premiere am 12. April in Düsseldorf. Ich habe schon die letzten Tage schlecht geschlafen, deswegen, weil die in meinem Kopf rumschwirrt, irgendwie fast schon süß. Doch diese Demut war nicht immer da. Vor allem nicht langer Zeit hätte sich Mike wie ein Schnitzel auf diese Aufgabe gefreut. Zitat Ende. Und ja, das ist ja das, was wir hier auch so ein bisschen beobachten, dass sich Mike wirklich so ein bisschen in der Partnerschaft zu Layla doch schon verändert hat. Das muss man schon sagen. Also ich habe auch den Eindruck, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist, ein bisschen romantischer und wir ihn hier von einer neuen Seite erkennen, die ich persönlich dann doch relativ spannend finde. Ansonsten gibt es natürlich jetzt noch ein paar andere, die für die Sixpack-Boys schon gedenzt haben. Wir sehen hier unter anderem Gigi. Und für 100.000 Euro sagt er bestimmt nicht nein. Für Realtystar Gigi ging es ein letztes Jahr direkt vorm australischen Dschungelcamp in den Stripper-Club. Ja, denn Gigi bekam das Angebot als Stripper, in der Männertruppe einzusteigen. Dafür musste der 24-Jährige aber erstmal eine Art Praktikum machen. Der Showbesuch diente damals für einen ersten Eindruck vom neuen Job. Als Verstärkung brachte der Ex-on-the-Beach-Teilnehmer damals seinen besten Kumpel Mike Heiter mit. Und die performen direkt mal ohne T-Shirt auf der Bühne. Scheint, als hätten die beiden Blut geleckt. Gigi blieb und ging mit denen der Tanzergruppe auf Tour. Zitat Ende. Also Gigi scheint hier das Geld angenommen zu haben, um hier auf Tour zu gehen. Auch Marc Terenzi war mal mit den Sixpack-Boys auf Tour. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Marc Terenzi und Verena Kerz sind zwei Persönlichkeiten, die ich hier wirklich keine Aufmerksamkeit mehr geben möchte. Wer seinen Zuschauern eine Hochzeit vorlügt in Las Vegas und das dann alles rauskommt und man sich dann so feige fällt. Das sind für mich keine Persönlichkeiten mehr, über die ich hier groß reden will. Das habt ihr ja auch schon beim Livestream mitbekommen. Aber reden wir doch mal über die Partnerschaft von Mike Heiter und Layla. Denn das ist schon sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Denn wir sind ja am Anfang von Flüchen ausgegangen. Alles ja nur Show, alles nicht echt, alles nur inszeniert. Und dann hat sich aber noch meine Kim gemeldet und gesagt, naja, sie hat ja einen positiven Fluch zu den beiden schicken lassen, damit ihre Partnerschaft glücklich läuft. Ich glaube, das, was wir alles aktuell sehen bei Mike und Layla, das ist schon alles wirklich was Schönes. Ich empfinde die Entscheidung von Mike auch als richtig, dass er gesagt hat, er möchte es nicht. Ich hätte es kritischer gesehen, hätte er das gewollt und Layla hätte ihm gesagt, nee, 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 du machst das nicht. Das hätte ich tatsache ein bisschen kritischer gesehen, aber hier die Entscheidung, so sieht es für mich zumindest aus, selbst zu treffen und zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich bin glücklich vergeben und gerade weil ich glücklich vergeben bin, ist das nicht etwas, was ich hier in die Beziehung mit einfließen lassen möchte. Und deswegen möchte ich dort an dieser Show nicht mitmachen. Das bedeutet natürlich ja auch, dass Mike hier, so vermute ich, dass zumindest auch auf eine Menge Geld verzichtet, welches er hier nicht haben möchte. Jetzt wissen wir aber von Kim, dass Layla, beziehungsweise vermutlich auch Mike, einen Exklusivvertrag bei einem Sender unterschrieben haben soll. Hier ist ja schon länger die Vermutung, dass sich das hier um RTL drehen soll, weil sie ja hier auch schon auf prominent getrennt reagieren. Also er scheint nicht, also wir brauchen uns einfach keine Sorgen machen, dass hier Mike jetzt kein Geld mehr verdient. Er wird schon sein Geld verdienen, aber, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich finde die Entscheidung gut. Gut, die Entscheidung ist für unsere Berichterstattung erwähnenswert, jetzt aber auch kein großes Highlight, aber dennoch etwas, was wir definitiv besprechen. Ich freue mich sehr auf euch, wenn wir uns hier wiedersehen. Ihr wisst, drei Videos am Tag, morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Und natürlich auch morgen, denn dann nicht mehr vorgedreht und dann wieder tagesaktuell mit den Trash-Highlights. Ich freue mich sehr auf unseren Livestream am Mittwoch, unser Telefonformat, das dürfte sehr spannend werden. Und schaut euch dazu gerne das Video an, dann erhaltet ihr alle Infos, meine Lieben. So, ich sage jetzt erstmal Tschüss.